Was geht, ihr Homo Sapiens? Und das Neueste, was jetzt halt gerade so bei mir passiert ist, ist, dass ich seit langer Zeit mal wieder einen Spontankauf eines neu rausgekommenen Spiels gemacht habe. Normalerweise, die allermeisten Spiele kaufe ich frühestens nach einem Jahr, wenn sie etwas günstiger geworden sind, weil ich denke mir immer, es gibt halt eigentlich genug gute Spiele, die man in der Zwischenzeit noch spielen kann, die man bestimmt noch nicht gespielt hat. Und dann muss man dafür nicht mehr Geld ausgeben. Und ich fühle mich dann auch nicht schlecht den Entwicklungen irgendwem gegenüber, weil, keine Ahnung, bei Steam zum Beispiel besitze ich meine eigenen Spiele ja sowieso schon nicht mehr. Die kann ich ja auch nicht mal verschenken oder so. Oh, genau, War of the Roses. Ich schweige schon wieder so ein bisschen ab. Ja, War of the Roses, die Open-Beta, die man mitspielen kann, oder ist das dann eine geschlossene Beta, die man mitspielen kann, wenn man das Spiel pre-ordert. Das heißt, es ist noch nicht draußen, es kommt, glaube ich, am 1. Oktober. Und ja, aber die Beta ist halt schon zugänglich. Und ich habe das Spiel seit einiger Zeit verfolgt, weil, ja, macht ja irgendwie auch Sinn. Ich bin ja ein großer Fan von Mountain Blade und da bin ich aber nie so richtig in den Multiplayer reingekommen. Ich weiß nicht, auch einfach von wenig Bemühen von meiner Seite. Ich habe mich irgendwie immer mit dem Singleplayer zufrieden gegeben, obwohl der Multiplayer sehr gut sein soll, von Mountain Blade auch. Keine Ahnung, sollte ich auch mal ein Video machen. Ja, und War of the Roses ist halt Mountain Blade relativ ähnlich. Vom Kampfsystem her jetzt vielleicht nicht, aber, ja, das Szenario halt, ne, mittelalterlich und so. Und ist aber halt ein reines Multiplayer-Spiel. Ähm, und bla und blub. Gucken wir mal, ob wir einen Server finden. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine Beta. Ja, nochmal zum Erwähnen. Ähm, wenn es nicht ganz stabil läuft, keine Ahnung. Ich hoffe, die Grafikanstellungen sind okay. Äh, guck mal, wir sind aus. In, in, im guten Euro, alten Europa. UK. UK ist gut. Ähm. Weil hier geht richtig was ab. Team Deathmatch. Ja. Wieso nicht? Ähm, ich hab eine einzige Runde bisher gespielt. Also, das ist praktisch blind, was ich hier mache. Aber, äh, ich glaub, ich hab das Kampfsystem halbwegs begriffen. Ähm. Ich spiel noch mit dem... Ich weiß gar nicht, was alles in der Beta schon zugänglich ist. Ich glaube, nicht alles. Mir kommt es vor, als wär's immer dieselbe Karte. Und, ähm, ich glaub, ich hatte auch noch nicht Zugang zum... Und man kann halt seinen eigenen Charakter komplett, äh... Individualisierenden, äh, was für ein... ja, das Wappen und, äh, was auch die eins ist. Es gibt zwar Klassen, aber die kann man auch individualisieren. Also, das ist, äh, ziemlich cool. Shit, ich hätte mal bei den Schwächeren mitspielen sollen. Egal. Ähm, ja, genau. Also, ein Haufenweise Waffen. Alles, äh, alles originalgetreu. Also, sehr authentisch alles. Ähm, da geht das noch viel weiter als Mountain Blade, was das angeht. Die Rüstung, ähm... Und, ja, Squats gibt's auch. Und Spawnpunkte als ein bisschen Battlefield-mäßig, so. Und, äh, wenn's noch so blau ist, hat der Kampf noch nicht angefangen. Kann man noch niemanden wirklich verletzen. Oh, man ist noch nicht richtig gespawnt. Jetzt bin ich gespawnt. Ich hab schon Blödsinn geredet. Das hatte ich schon falsch verstanden. Interessant ist auch, ähm, dass man wie bei Mountain Blade, ähm... Ähm... Dammit, wenn ich ein neues Spiel auch, äh, anfangen, sollte ich echt die Framerate mir mal einblenden. Ähm... Alter, äh, jodelt irgendwer vor meiner Tür. Was geht denn jetzt ab? Okay, ähm... Man läuft an. Das, das find ich sehr interessant. Ich glaub, das hab ich noch nie im Spiel gesehen. Das hat mich am Anfang total verwirrt, was denn abgeht. Ähm... Man, man rennt direkt mit Feuergeschwindigkeit, sondern man, äh, läuft an, praktisch. Das soll, glaub ich, auch ein bisschen die Schwere der Rüstung simulieren. Ähm... Hier seht ihr übrigens gerade auch das Kampfsystem, ne? Ist, ähm... Ein bisschen präziser noch als das von Mountain Blade, würde ich fast sagen. Ähm, aber auch langsamer. Also... Oh, der arme Kerl. Jetzt sind wir zu zweit. Oh Gott, Alter, mein Typ geht hier voll gegen den unter. Ja, auf jeden Fall, die Kämpfe sind, äh, durchaus... Äh, die, die haben es geschafft, wie bei Mountain Blade. Man spürt richtig das Gewicht hinter den Schlägen, was ich sehr geil finde. Man, man spürt irgendwie, ja... Oh Gott. Und die Kämpfe sind doch... Oh, jetzt kommt's. Das ist so heftig. Guckt halt die Scheiße an. Ah, ja. Man exekutiert den Gegner sozusagen. Ziemlich übel. Vor allem übrigens, wenn man auf der Seite steht, äh, des Verlierers. Weil dann, dann kann man aus Ego-Perspektive... Ah, wie geil! Ah, schön. Kann man aus Ego-Perspektive sehen, wie ein... Oh Gott, hab ich dich erwischt, du Penner. Oh Gott, oh Gott, oh nein, sind sie alle. Äh, aus Ego-Perspektive sehen, wie einem ins Gesicht gestochen wird, wiederholt. Das ist ziemlich heftig. Muss ich echt sagen. Das ist um einiges blutiger als Mountain Blade. Ah, oh Gott, nicht so viele, nicht so viele. Hilfe, 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 Hilfe. Da, komm doch... Komm her, komm her, komm her. Rennt der gerade weg, mein Schimpf hier? Ach, mein Schilz kaputt. Das ist ja großartig. Oh Gott, ja, ich bin am Ende. Ja, jetzt nehmen wir uns das mal an. Ja, gut. Oh, nein, nein, komm. Ah, oh. Herz aller Liebst. Äh, großartig. Ach, nee, wollte ich gar nicht. Ähm, ja, Gewicht hinter den Schlägen finde ich gut. Was hatte ich danach, was wollte ich noch sagen? Blocken ist sehr wichtig. Ich hatte auch vorher abgebrochen mit dem Authentisch, glaube ich. Mein Satz irgendwie mittendrin, wo ich erzählen wollte. Und zwar ist auch, äh, ja, eigene Wappen. Es geht halt noch weiter, auch wirklich, wie die Rüstung aussieht, was das für Helme sind und so. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das alles in der Beta schon zugänglich ist. Ich glaube eher nicht. Eher nicht. Ähm, und, keine Ahnung, die hatten ja auch im Mittelalter da diese komischen Tierchen und so auf dem Kopf noch, auf dem Helm. Äh, sehr merkwürdiges Zeug, was es da gab. War mir auch gar nicht so bewusst und bedingt, hätte ich tatsächlich... Geht halt auf. Und, äh, ja, kann man sich einen total eigenen Charakter eigentlich zusammenstellen. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Und ich finde, das Spiel sieht auch gut aus. Ich habe jetzt relativ hohe Grafikeinstellungen und läuft... doch, läuft gut, so. Nicht ganz flüssig. Es ist, äh, kommt es vor, als wäre die Framerates ein bisschen niedrig. Aber, ja. Also mein PC ist jetzt nicht der aller. Ist nicht, ist kein schlechter PC, aber ist einfach nicht mehr der neueste. Ist auf keinen Fall high-end. Uah, erlischt. Wieso ist mein Schild schon wieder kaputt? Oh Gott. Oh, dann einen Pfeil am Rücken bekommen. Großartig. Ähm. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Mal gucken. Ich mache jetzt zwei Videos oder so draus, denke ich mal. Ja, ich hiele, Mann. Komm. Man, ja, man kann sich auch irgendwie wieder beleben gegenseitig und so. Ähm. Ich mache jetzt zwei Videos oder so draus. Hier bin ich jetzt einfach mal reingesprungen. Und dann mache ich halt vielleicht dann irgendwie, das werden jetzt so, weiß nicht. Keine Ahnung, bis die Runde zu Ende ist oder was weiß ich. Und, ähm. Ja, noch zehn Minuten. Passt. Und dann werde ich irgendwie etwas später ein Video machen, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung vielleicht von dem Spiel habe. Und vielleicht auch nochmal eins, wenn es ganz draußen ist. Aber ich glaube nicht, dass ich aus einem Multiplayer-Spiel tatsächlich ein Let's Play mache. Das wäre irgendwie komisch. Oh, yeah. Oh Gott, nein, nein, nein. Abwehren. Ah, oh. Jesus. Der hat mich gerade richtig gut erwischt. Das, bleed out? Shit. Ich dachte, fuck, man. Da rege ich mich immer über die moderne Spielindustrie auf. Und dann habe ich, äh, dann habe ich total das Call of Duty-Prinzip veränderlicht. Dass ich, äh, wenn, wenn es, au. Dass, wenn der Bildschirm rot, äh, rot eingefärbt wird, dass ich nur ein bisschen warten muss. Und dass ich dann halt, äh, ja, wieder volle Lebensenergie habe. Aber nein. Hier blutet man aus. Ich weiß gar nicht, ob es First-Person die Möglichkeit gibt. Ich glaube nicht. Das ist natürlich ein bisschen, ne. Wie gesagt, bei Mountain Blade war ich ja mal sehr, doch ein Vertreter, dass man das in, der Ansicht, dass man das in First-Person spielen sollte. Das gibt es hier nicht, glaube ich. Ich glaube, den habe ich erwischt, oder? Kriegt den Kill eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob Kills so wichtig sind, aber kriegt den der... Ha. Äh, der den exekutiert, oder der, der den rumhaut? Wahrscheinlich der, der den exekutiert. Ey. Au. Wow. Was ist denn jetzt passiert? Das ist auch krass. Äh, die Sound-Effekte und so sind eigentlich auch echt super. Also ich habe es alles relativ leise jetzt, aber... Ähm. Wenn einer einmal mit einer Lanze so richtig vor dem Schild, äh, rennt, ähm, ja, dann kommt halt dieses... Dieses Metall-auf-Metall-Geräusch, so als hätte jemand einen Gong geschlagen und es dröhnt richtig. Kommt gerade alles ein bisschen... Ich... Ich haue mal meine Grafik einstellen ein bisschen runter. Äh. So. Machen wir einfach mal auf Mittel alles. Funktioniert das aber mit einem Spiel? Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Nee, Return to Battle. Ah, da kommt es gerade doch ein bisschen, äh, läuft ein bisschen lahm alles. Ich, äh, bandagiere mich mal. Ich glaube, kriege ich dann das Blut da vom Bildschirm. Aha! Oh. Wir haben verloren. Na, sowas. Ähm. Ja, aber das ist gut. Ja, jetzt habt ihr den ersten Eindruck von dem Spiel. Ich habe dick abgelust. Ähm. Wie... Unter was für einem Namen bin ich hier eigentlich angemeldet? Das ist halt der... Das ist aus meinem Steam-Profil. Wahrscheinlich irgendwo hier unten. Ja, ja, ja. Das ist mein Steam-Profil genommen. Wow, ich bin sogar let... Nee, vorletzter. Ja, egal. Äh, auf jeden Fall, ähm, habt ihr einen gewissen Eindruck bekommen. Und wenn ich, äh, mich ein bisschen mehr selbst eingespielt habe, dann, äh, bin ich zurück, würde ich sagen. Und, äh, nehme noch ein Video auf. Bis dahin. Bei mir. Untertitelung des ZDF, 2020